Hi liebe Sachverhaltsmitglieder! Danke, dass ihr uns unterstützt habt. Wir sind heute in München auf der Siemens Hauptversammlung, weil wir in den letzten Wochen eine Kampagne gegen Siemens fahren mussten. Siemens möchte sich an einem der Katastrophal-Sympole wegen Projekten der Welt beteiligen. Und das geht natürlich mit keiner PR-Masche zur Nachhaltigkeit zusammen. Deswegen mobilisieren wir heute auch in München an der Hauptversammlung bei der Siemens und München. Wir wollen starke Proteste erhält. Mit eurer Spende habt ihr es möglich gemacht, dass wir noch ganz kurzfristig Strom beantragen konnten bei der Stadt, dass die ganze Technik an der Bühne funktioniert hat und dass wir einen Rollstuhlfahrer im Podest aufstellen konnten, um die ganze Demo sogar inklusiv zu machen. Deswegen danken wir euch nochmal auch von ganzem Herzen von Fridays for Future hier und hoffen, dass es heute eine super Aktion ist. Bis zum nächsten Mal.